So Leute, ich weiß, ich wollte eigentlich aufhören mit YouTube, aber irgendjemand Neues hat mich abonniert. Nur wegen dieser Person mache ich dieses letzte Video. Vielleicht soll ich doch nicht aufhören, wer weiß. Okay, jetzt weg vom Grund dieses Videos und wir kommen zum Thema von diesem Video. Fabian und sich spielen GTA. Los geht's. Err, err, kommst du danach? Ja, okay, er liegt drauf. Ja, Mann. Der kommt zu was war ich. Speedrun oder was? Hast du Weltrekord? In der Kategorie bin ich auf Platz 5, was willst du? Oha. Ich bin aber auf Platz 6. Nee, warte, so funktioniert das nicht. Ich dachte das nicht. Ich lade dich dann mal ein, wir spielen nebenbei kein Golf. Warte, ich benutze mein Golf. Also normalerweise wollte ich ihn mit meiner Shotgun in die Fräse schießen. Das war mal nicht. Was ist das? Was ist das? Ja, perfekt, Mann. Mit Rampen machen wir schöne Sachen. Oh, da, da. Na, ich lade auf dem Tennisplatz. Ich bin in den Tennis-Fans oder Fanblock gelandet. Nein, schau mal was ich mache. Bleib stehen. Jawoll. Oh, scheiße. Er ist nämlich gerade... Damit abgeworfen, ja, das wollte ich schon. Es ist pure Inkompetenz. Also nicht in die Stacheln, wenn es geht. Oh, du Piss. Was hast du vor 10 Sekunden gesagt? Ich finde es irgendwie witzig, wie die rumfliegen, weil es sind so Autos, weißt du? Weil, das war meine... Wenn man so richtig viel Speed hat... Oh, dieses Auto wird so weggeheated. Das Auto hängt da seit 8 Jahren. Ah, guten Morgen. Und er fährt... Er trifft das Auto nicht so leicht. Nein, er fährt perfekt von da. Okay, du saust. Schönen Tag. Ich hab Lust auf einen Terroransch. Es ist pure Inkompetenz. Das war die Brüste. Oh, Herr Pdigrück.